Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn du unter den Augenlider nach oben schaust, kannst du die Augen zu machen und nach oben schauen. Also, dann spürst du es schon. Ich zähle jetzt von 1 bis 3 und bei 3 schneidet die gute Fee den Ballon durch und die Schnur lässt los und deine Hand sinkt dann ganz schnell nach unten und du gehst doppelt so tief in die Entspannung. Aber ihr bleibt stabil stehen wie ein Baum. Ihr bleibt stabil stehen. Okay. 1, 2, 3. Sehr schön. Ihr bleibt stabil stehen und ihr geht noch viel tiefer. Der Ballon wird sanft eure Hand nach oben ziehen. Und je höher die Hand steigt, desto ruhiger und gelassener werdet ihr. Jetzt. Und der Ballon zieht ganz langsam. Wunderbar tief. Wunderbar tief ist das. Und ihr hört wie die Blätter rauschen. Und das Rauschen lässt euch tiefer gehen. Ganz tief in die Entspannung. 1, 2, 3. Genau. Ihr macht das sehr gut. Fixieren, fixieren, fixieren. Und schlaf tiefer, tiefer, tiefer. Ich zähle jetzt von 1 bis 3. Und die Person, die ich jetzt berühre, öffnet dann ihre Augen. 1, 2, 3. Wunderbar. Erst mal deine Hand hier drauf. So. Sehr schön. Schau mal bei mir. Da für einen Punkt in meinem Gesicht. Entspann dich. Und tief einabeln. Und etwas Druck geben. Genauso. Super. Schlaf tiefer, 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 tiefer. Wunderbar. Du stehst stabil da. Stabil wie ein Baum. Sehr schön. Die Person, die ich jetzt berühre, öffnet jetzt die Augen. Sehr schön. Du machst das super. Kannst du bitte deine Hand hier draufheben und etwas Druck geben? Jetzt den Punkt fixiere ich in meinem Gesicht. Sehr schön. Mit dir kann ich Schweizerdeutschern. Brot tief. Schlaf tiefer, tiefer, tiefer. Lass dich lokalen. Lass dich lokalen. Ganz tiefer, ganz rück. Ganz entspannt. Mit jedem Kreis. Du gehst doppelt so tief. Sehr schön. Wunderbar. Sehr schön. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 öffnest du die Augen. 1, 2, 3. Hallo, bist du gut? Ja. Das ist ein schönes Gefühl. Kommst du ein bisschen zu mir? Okay. Wie ist dein Name? Ralf. Ralf. Sehr schön. Mein Name ist Frederik. Cool. Okay. Und schlaf tiefer, 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 tiefer. Heisst du? Jetzt passiert etwas. Okay. Und schlaf tiefer, tiefer, tiefer. Du richtest dich ganz schön auf. Ab tief ein. Trag Sorge zu deinem Rücken. Steh schön gerade da. Sehr schön. Während ich dich hier hinhalte, machst du die Faust. Die dicke Faust. Die Faust wird immer härter und härter. Du hast richtig viel Kraft. Richtig viel Kraft. Richtig viel Kraft. Und in dieser Schlaf. Schlaf tiefer, 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 tiefer. Sehr schön. Und wenn ihr die drei Finger nehmt. Diese drei Finger hier. So. Wenn ihr die drei Finger so zusammendrückt. Dann warte. Und dann könnt ihr in dem Moment auf die Ressourcen zugreifen, die ihr jetzt habt. Immer. Das ist extrem schnell auf die ganz tiefen Ressourcen, die ihr eurem Körper habt, zurückgreifen. Sehr schön. Ich zähle jetzt von eins bis fünf. Bei fünf öffnet ihr eure Augen. Ihr seid dann im Hier und Jetzt. Und ihr fühlt euch frisch, froh und fit. Und ihr möchtet gerne was erleben heute. Ihr geht noch in die Aare und ihr esst was Feines. Hier. Fünf. Auge auf. Auge auf. Auge auf. Auge auf. Merci auf immer. Hey. Gern geschehen. Vielen, vielen Mal. Gern geschehen. Ihr habt das super gemacht. Wirklich. Bist du verspannt? Wirklich. Wirklich. Du bist uns hier. Wirklich. Du bist. Du bist. Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020